Einer der Rechenknoten liegt südwestlich von Ihnen. Der Aeon-Commander hat direkt davor eine Basis errichtet. Eliminieren Sie sie und erobern Sie den Knoten zurück. Mords Ende. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir werden die Galaxie saubern. Sobald wir die Knoten gehackt haben, werden ihre Pläne enttarnt. Knoten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielleicht hat er die Prinzessin recht mit diesen Planeten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie haben keine Chance, mich zu besiegen. Zerstören Sie alle Äon auf Prokion, Commander. Ops enden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn Sie Schwierigkeiten mit den Äon haben, versuchen Sie es mit einer anderen Einheit. Ops Ende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich rate Ihnen, Ihre Aufgaben zu überprüfen, Commander. Ops Ende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zerstören Sie alle Äon auf Prokion, Commander. Ops Ende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Knoten ist zufrieden, Sir. Erobern Sie ihn schnellstens zurück. Ops Ende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich rate Ihnen, Ihre Aufgaben zu überprüfen, Commander. Ob's endet. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Knoten ist zu wichtig, Sir. Erobern Sie ihn schnellstens zurück. Ob's endet. Untertitelung des ZDF, 2020 QAI braucht diesen Knoten, Sir. Erobern Sie ihn schnellstens zurück. Ob's endet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Einheitenlimit erreicht. Ich rate Ihnen, Ihre Aufgaben zu überprüfen, Commander. Ob's endet. Einheitenlimit erreicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einheitenlimit erreicht. Einheitenlimit erreicht. Einheitenlimit erreicht. Einheitenlimit erreicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Plan für Einheit heruntergeladen. Plan für Einheit heruntergeladen. Commander, hier ist Direktor Alien von Station 004. Wir werden von Aeon angegriffen. Fische helfen Sie uns! Sie müssen Sie beschützen! Sie müssen Sie beschützen! Zerstören Sie die angreifenden Einheiten und verteidigen Sie den Knoten! Ortsende! Sie haben Sie vertrieben, aber Sie bereiten sich bereits auf einen weiteren Angriff vor! Verschanzen Sie sich! Verschanzen Sie sich und verteidigen Sie den Knoten! Verschanzen Sie sich und verteidigen Sie den Knoten! Verschanzen Sie sich und verteidigen Sie sich und verteidigen Sie sich und verteidigen Sie den Knoten! Die Knoten werden mir gehört! Nächstes Mal werden Sie mich nicht aufhalten. Nächstes Mal werden Sie sich nicht aufhalten. Früher oder später finde ich heraus, wozu die Knoten dienen. Die A.ON scheinen den Knoten aufgegeben zu haben. Wir sind noch dabei, das Netzwerk zu analysieren, um herauszufinden, was sie vorhaben. Einsatzgebiet ausgeweitet. Plan für Einheit heruntergeladen. In A.ON ist es gelungen, den Großrechner zu hacken und in das QAI-Netzwerk zu gelangen. Wir müssen sie ausschalten, bevor sie wirklichen Schaden anrichten können. Ihre Befehle lauten, die restlichen zwei Knoten zu erobern. Wie sie das machen, liegt ganz bei Ihnen. Sie können entweder Gewalt oder Tarnung einsetzen. Wir haben Ihnen die Pläne für das DC-Wach, ein mobiles Tarnfeldsystem, zugänglich gemacht. Warten Sie einen Techniker und die mobile Tarneneinheit auf den Transporter und versuchen Sie, die Knoten zu erreichen. Das Tarnfeld verbirgt den Transporter vor dem Radar, schützt jedoch nicht davor, gesehen zu werden. Daher meiden Sie feindliche Einheiten. Erobern Sie die Knoten. Ob's Ende. Achtung, ihr Launen der Natur. Ich habe euren Großrechner mit Sprengstoff verkabelt. Wenn ihr mich angreift, jage ich ihn hoch. Ich bin nicht so, dass wir mit Sprengstoffen hierherstatteln sind, wenn ich diese Knoten des Knoten klingt, sie sind her. Ich bin nicht so, dass ich sie nicht mehr in den Knoten des Knoten bin. Ich bin nicht so, dass ich die Knoten bin. Aber das sind nicht so, dass ich sie nicht mehr in den Knoten des Knoten des Knoten bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Einheitenlimit erreicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der EMP-Impuls war erfolgreich. Los! 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 Nichts reagiert! Nein! Ich weigere mich, mich geschlagen zu geben! Wenn der Aeon unser Netzwerk vollständig infiltriert hätte, wäre das katastrophal gewesen. Gut gemacht, Commander! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020